Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass wir eine Gruppe von Personen mathematisch auch als Menge auffassen können. Und in einer Menge spielt die Reihenfolge der Elemente keine Rolle. Also die Menge mit Arabella und Bernhard ist das gleiche wie die Menge mit Bernhard und Arabella, denn in beiden Mengen sind dieselben Elemente drinnen oder umgangssprachlich in beiden Gruppen dieselben zwei Personen. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam eine Idee erarbeiten für einen alternativen Lösungsweg, die Anzahl der Möglichkeiten, um aus acht Personen eine Gruppe von drei Personen auszuwählen, zu berechnen. Also stellen wir uns wieder die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, um aus acht Personen eine Gruppe von drei Personen auszuwählen? Lukas meint nun, eine andere Lösung gefunden zu haben als die, die wir in vorigen Videos schon erarbeitet haben. Zuerst wähle ich eine der acht Personen aus. Von den verbleibenden sieben Personen wähle ich eine zweite Person und zum Schluss wähle ich noch eine der verbleibenden sechs Personen. Also gibt es acht mal sieben mal sechs, also 336 Möglichkeiten, um aus acht Personen eine Gruppe von drei Personen auszuwählen. Welchen Fehler hat Lukas dabei gemacht? Nimm dir noch einmal kurz Zeit, das noch einmal durchzugehen, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir darüber. Es gibt einen sehr netten Spruch, ich weiß gerade nicht von wem der ist. Und zwar zu jedem Problem, das ich noch nicht lösen kann, gibt es ein kleineres Problem, das ich ebenfalls noch nicht lösen kann. Also wie würde hier ein analoges kleineres Problem aussehen? Zum Beispiel, wie viele Möglichkeiten gibt es, um aus vier Personen eine Gruppe von zwei Personen auszuwählen? Wenn wir jetzt Lukas Strategie verwenden würden, dann würde das bedeuten, dass wir insgesamt vier mal drei, also zwölf Möglichkeiten dafür hätten. Denn zunächst können wir eine Person aus den vier wählen und dann aus den verbleibenden drei noch eine. Jetzt können wir uns überlegen, stellen wir uns vor, eine Person heißt Arabella und eine andere heißt Bernhard. Und die Gruppe mit Arabella und Bernhard kommt hier jetzt aber doppelt vor. Denn wir könnten ja zunächst Arabella auswählen und dann Bernhard oder zunächst Bernhard und dann Arabella. Das bedeutet, die Gruppe Arabella-Bernhard wird dabei jetzt doppelt gezählt und wenn wir kurz darüber nachdenken, alle anderen möglichen Gruppen auch. Das bedeutet, um das hier zu korrigieren, müssten wir ganz einfach noch durch zwei dividieren, damit wir dieses doppelt gezählt rückgängig machen oder loswerden. Das bedeutet, insgesamt gibt es sechs Möglichkeiten, um aus vier Personen eine Gruppe von zwei Personen auszuwählen. Im nächsten Video werden wir uns jetzt dann überlegen, wie wir diese Denkweise auf das hier oben übertragen können, sodass wir das hier auch noch korrigieren können. Das bedeutet, dass wir das hier oben übertragen können, wie wir das hier oben übertragen können. Das bedeutet, dass wir das hier oben übertragen können, wie wir das hier oben übertragen können.